Guten Hunger! Guten Hunger! Streitet euch nicht und hört auf eure Lehrer! Ich hab dich lieb! Ich dich auch! Wir haben ein gutes Leben! Wir haben ein gutes Leben! Mami! Mami! Ich komme! Mami, es tut so weh! Eines Tages wurde sie krank und niemand wusste, was es war. Ich glaube, ihre Tochter hat eine Laktoseintoleranz. Sodbrech. Das lässt sich ganz leicht behandeln. Es ist alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Untersuchen Sie sie weiter. Ich werde erst gehen, wenn ich weiß, was mit meiner Tochter los ist. Unglücklicherweise bestätigen die Tests, dass Anna sehr krank ist. Für ihre Erkrankung gibt es momentan keine Heilung. Doktor, bitte. Sie ist unser kleiner Engel. Wir lassen sie dabei nicht allein. Wir geben nicht auf. Wir brauchen eine Lösung und wir brauchen sie jetzt. Wir kriegen das hin. Wie? Indem wir den Glauben nicht verlieren. Erlöse sie davon. Kannst du mich überhaupt hören? Sie wollen mir also weismachen, als dieses kleine Mädchen aus neun Metern auf den Kopf gefallen ist, hat sie das nicht umgebracht? Es hat sie nicht gelähmt? Es hat sie geheilt? Ja. Das ist völlig unmöglich. Das ist schwer zu glauben. Es gibt viele Leute, denen geht es nur Publicity. Viele Menschen halten uns für verrückt. Entweder man hält den Kopf über Wasser oder man geht unter. Wenn ich auf alles zurückblicke, was passiert ist, kann ich Ihnen unsere Geschichte nicht vorenthalten. Er hat gesagt, alles wird gut. Wer hat gesagt, alles wird gut?